So Leute, weiter geht's mit Super Mario 4 und 6 R. Wuhuuu! Oh... Oh ja... Nein! Spaß! Moment mal... Oh... Wow... Voll Leben... Voll konkret krass Leben verloren... Moment... Ich brauch eh noch einen Sternchen... Ich hol mir den Sternchen... Hm... Was ist der Stack? Nein... Das war sogar schon falsch... Pff... Das auch schon... Das war doch gut... Jetzt muss ich hier rüber... Das war auch... Denk ich mal ganz okay... Moment... Noch nachsehen, ob ich den Boden etwas... Vergessen habe... Nein... Okay... Gut... 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 Nein... War's nicht... Aber... Was ist hier beim... Blöppern! Tristed! Fang noch auf und... Blöppern! Was macht mir diese verdammte Sicht? Zerstört! Nein, da ist abgeräumt. Die wird sich noch geholfen. Er ist död. Und was gibt es hier? Mönche! Seltsamend. Wir nehmen uns die Fäden Nummer 4. Okay. Fünf. Fünf. Sechs. Seltsamend. Leck mich da nicht. Ja, Mann. Seltsamend. So ist der Kladen. Ah, verdammt. Knapp was, aber wirklich. Seltsamend. Seltsamend. Oh, perfekt. Seltsamend. Und uns wird noch keine einzige Münze. Da ist der Knopf. Und da ist die letzte Münze. Ja. Ja. Motherfuck. Ach, wir kommen jetzt so durch. Mit der Unsichtbarkeitsmütze durch. Ich gehe ja wieder durch. Ja. Ja. Oh, fuck. Gibt es hier noch mehr? Wenn ich mit der Unsichtbarkeitsmütze so durchgehe. Weil ich so ganz konkret krass. Ich kann es hier mal ausprobieren. Also crazy. Und dafür lasse ich mich jetzt hier mal einfach runterfetzen. Oh, mein Gott. Das hat wohl wehgetan. Oh, irgendwie sieht es lustig aus. Und ich brauche zu nutzen. Was ist denn? Sexted. Moment. So, weiter geht's. Dum, dum, dum. Halt anklicken. Dum, dum, dum. Gott. Okay. Okay. Was soll's. Ist ja auch egal. Da wird schon nichts sein. Dann haben wir einen Stern bekommen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Zum nächsten Level. Was ich jetzt halt so mache. Ich kann nicht mehr so gehen. Ich kann nicht mehr so gehen. Dann stürzen wir uns hier runter. Und dann machen wir einen hier. In einen super tollen Sprung. Wir fallen fast runter. Und dann... So. Fuck. Dann fehlen uns eigentlich bloß noch vier Münzen. Und dann können wir schon hier den Bowser antreten. Das wird sicher ziemlich lustig werden. Noch ein zweites Mal gegen Bowser zu kämpfen. Wir können noch in vierten Leveln irgendwelche Münzen oder Sterne finden. Das ist hier noch nur den Rest. Ich weiß schon schlecht. Ja. Erkunde den Vulkan. Genau. Wir können nämlich auch in den Vulkan rein. Das dachte ich mir ja von vorne war. Ich hab's bloß nicht zugegeben. Ah ja. Und hier ist jetzt der Kuckuck. Die Kuckerschirm. Irgendwann zugänglich. Ich hab's ja gar nicht. Du okay bist doch Hip-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop. Jetzt wird jemand kein GH-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop. Ich bin groß. der Krassaggio-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Foop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-Hoop-OHoop-Hoop-Hoop. Das ist extert Das ist mal richtig, ja, aber kunden Mhm, mhm, okay Dann müssen wir wohl eher interessieren Ah, Bully, Big Bully Nein, wir müssen nicht Bully, wir müssen aber nicht mehr Schwacher Bully Dafür musst du uns sterben Die Kreatur muss sterben Auf dem Lande, auf dem Meer lauert ins Verderben Die Kreatur muss sterben All right, Manz, 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 Manz Manz, Manz, Manz Fuck, okay, darauf war ich wirklich nicht gefasst, dass das hier einfach so raus geht Ok, das ist ein schöner Platz für den Lifestay. Wir hätten hier schon ein Save, ähm, ein Checkpoint zu einsetzen, um einmachen können dieses Spiel. Stirb! Nein, er lässt mich sterben! So, jetzt zeigt sich wieder mal ein Loop-Skill. Ist der Otten jetzt? Ok, das, 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 das war schlecht. Sehr schlecht sogar. Stirb! Flex! You fucking bastard! Dude! Oh mein Gott! Fucking Hetzel-Time! Nein, nicht wirklich die letzte Zeit. Ok, cool, da ist aber schon der Stimme. Hm? Hm? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was er wird! Fuck! Komm! Komm! Alter Mario! So schwer ist das hier nicht. Einfressen. Here we go! Ja. Okay. Noch drei Sterne. Der Showdown wird immer größer. Ein sehr gutes Deutsch. Den glaube ich jetzt zumindest darf. Entschuldigung. Ich will noch ein paar Levels machen. Ich weiß nicht was. Ich weiß irgendwie nicht mehr. Nein. Nein, auch diese Wüstenschwester. Wobei. Hui! Wo Biwaba Wüste. Irgendwer ist mit acht roten Münzen. Das ist eigentlich nicht sonderlich schwer mit den acht roten Münzen. Wird. Hier auf diesen Scheiger hier springen. Dann fliegen wir ziemlich weit. Genau so. Dann kommen wir hier. Tuch für Tuch. Wo wir uns. Die Mario-Mütze. Die. Nein. Nicht die Mario-Mütze. Die Furt-Mütze. Die ist hier aber nicht drin. Nein. Die Kupershell. Dann brauchen wir zuerst mal. Nein. Nein. So bestimmt nicht. Nein. Ich brauche die Kupershell gar nicht. Nein. Wir schaffen das so. Ich habe noch zwei Minuten. Nein. Keine Scheiße. Keine Scheiße. Nein. 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 Es ist festhalten. Nein. Ich bin vielleicht. Milch. Nein. Wir liegen jetzt. Also